Ok Alles wirklich scherzschön grün Touristen Alter, eine ganz andere Stadt, ne? Schön, dass die zwei sich so verstehen Oh, alles sieht wirklich wunderschön Ich habe nie gedacht, dass unsere Stadt so schön ist wieder Vielen Dank für die Hilfe Natürlich, ihr alle kennt das so gut als jemand Well, ich danke dir für deine modeste Ich hoffe, dass nach dem, dass du ein bisschen Zeit hast Um, zu stoppen und rüben die Rösen So zu sprechen Okay Operation Blumentor ist erledigt Ah, das wird sicherlich noch einen Platz für eine Blume finden, aber okay Genau, Pflege Ja, definitiv Wenn du das meinst Auch wenn wir als Kinder sind, du wärst so rechtfertig Erinnerst du, als wir die Honey aus den Beehiven genießen? Wenn du nicht immer auf die Beeswärm steigst warst, unsere Gesichter sehen könnte ein bisschen anders Genau, Sandrock ist in der Tausend. Okay. Ich würde Highwind gerne mal sehen. Es gibt nichts in dem Regelnbuch, das sagt, dass du nicht zwei Hände haben kannst, so wie ich mich beinahe. Hey, ist es ich oder ist ein großer Baum auf dem Mount Roxanne ein bisschen anders? Oh, was? Mama Tree! Gehen wir mal an und schauen es. Wie cool. Wir haben den Baum gerettet. Es sieht so aus, wie es 30 Jahre alt war. Ja, es ist ein Miracle. Ein scientifisches Miracle! Ein Miracle, das von uns gemacht wurde und natürliche Heilungsprozesse etc. Ich bin nicht mehr sicher. Ich weiß, du hast sehr hart gearbeitet, um das zu passieren. Du musst nicht, aber ich bin eternally dankbar. Ich bin so froh, dass er das miterlebt. Ich bin so froh, dass er das miterlebt. Das wurde auch unsere Struggle. Wow, ich hätte vergessen, was diese Sicht so aussehen könnte. Meine Mutter hat mich hier von Zeit an Zeit an Zeit genommen. Nach ihrer Erdbewegung hat dieser Baum getötet. Sieht so nachher aus. Marnell wäre mir sehr stolz, was du geschafft hast, Zeke. Nämlich 70 Jahre der Geschichte hat alles an das zu sein. Das ist nur das Beginn. Wir haben Sandra Green wieder gemacht. Wir können alles tun! Ja, können wir auch bitte Porsche besuchen? Das wäre schön, wenn wir alles können. Hey, Pa! Komm, schau mal an das! Oh nein! Pa? Mach keinen Scheiß! Och, nee! Pa! Oh nein, warum? Pa, bist du alles okay? Oh Gott! Mach doch nicht so'n Scheiß, Mortimer! Er ist eingeschlafen! Oh, ich bin sorry. Die Reise hier, scheint mir wirklich auszutauschen zu haben. Ich bin glücklich, dass du alles gut hast. Hat er mich erschreckt. Warum würde ich nicht so'n Scheiß? Ich bin noch so fit als ein Fiddle. Alter Mortimer, macht das nie wieder! Brr, hast du alle das Gefühl? Hörst du das? Hm, ich bin plötzlich ein bisschen nippig hier. Ein Wind bläht. Ein geringer Wind, das früher hätte ich zuerst verurteilen, jetzt sohnt mich. Was ist das denn? Ein Brief? Hey, das ist... Das ist so. Okay, mach's auf. Erzähl? Okay. Okay. What? Oh. Oh. I failed Akil. I failed Theo. I failed Sandrock. And worst of all, I failed you, Mort. We've lost too many good people, and now there are none left. But, our story doesn't have to end like this. Take Zeke east. Find a new life. Survive. I haven't lost everything if I know that you've made it. I can rest easy, knowing you're safe. So, please. Don't throw your life away, chasing this foolish woman's foolish dream. Let Sandrock go. No. You... You never opened it? Hmm. Hmm. Sieht nicht danach aus. Would you have gone, if you'd known? Gute Frage. There we go. I... Would have. I came here a traveler, like everyone back then. I only stayed because of her. She inspired many of us. Her dream became our dream. And I loved her. More than life itself. Oh, man. I would have done anything. I... Did. When she disappeared, I couldn't believe it. Why would I? She spent months in that desert every year. I believed she would return, so... No. I did not read the letter. You carried the torch forward, Trudy. Without question. And nearly met the same fate. Yeah. Stimmt, Trudy. Wäre auch fast... ...weg. Hey. Ma's spirit... ...was stronger than her body could ever be. She gave us hope when there was none. Her memory kept us all alive. Kept us fighting. There was only one thing she loved more than Sandrock. It was you and me, Pa. Hmm. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. You all were right. It... It is quite of you. The wind's picking up. Come on, Mort. Let's get you down the mountain before you catch a cold. If it's all right. I'd like to stay a little longer. I've got him. You all go on ahead. All right. Maybe better give him some space. Don't stay up here too long, all right? Look at us. A couple of old fools. Pretty good. For a couple of fools. Her dream. It came true after all. All because of one stubborn, stubborn old man. Hey. Do you think that was Mortals' spirit, who sent Mort the letter just now? It's nice knowing that someone like Mortals up there watching over us. What? Things... Are not always as they seem. That's a lesson we learned time and time again in Sandrock. In my book, both Mort and Mortals are both heroes. More than ever. Hmm. That's right. Everyone will want to know the truth. But... For now. Let's just give them some peace. Good. Now... Let's all get back to our greener Sandrock. Okay. Aber. Aber. Und da jetzt noch was? Oder? Ich mein, das sah jetzt schon wieder nach Abschied aus, ne? Und... Da ist aber nix. Ich verstehe das Spiel hier nicht manchmal. Mal das Antwort. Stolz auf dich. Im Heim. Sprechen. Gott von Ryan. Andy. Cooper. Und da ist mein Lieber. Komm schon wieder. Ja, das wäre schön. Ja, das wäre schön. Und da ist drin. Ja, das wäre schön. Ich habe heute schon immer noch vier stück hauptquests technisch die bauen wir noch auf erst erst dachte ich grace ist tot dann kommt grace wieder dann dachte ich morte man stirbt am ort und stellst war so wirklich so eine szene wo du denkst wie in einem film meister traum erfüllt tot das spiel macht einen fertig wirklich es macht einen fertig in manchen sachen ich stelle jetzt mal die vier statuen hier noch auf die die fehlen ja noch aus irgendeinem grund und dann werde ich mal gucken mal zwei drei nächte einfach noch mal durchschlafen quasi um mal zu schauen mal um mal zu gucken ob noch eine quest kommt und ansonsten ja keine ahnung weil gesagt ich wüsste nicht ob hier noch was kommt oben sind noch welche immer noch ein questmarker noch einer aber was fehlt denn noch alter mehr erschreckt mich doch bitte nicht so hm 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 m Ohne der Questmarker? Nö. Hier. Okay. Eine Statue noch. Okay, wir alle nicht absaufen. Mehr Linittenbad, okay. Ha. Habe ich genug Materialien für noch so ein Ding? Nee, habe ich nicht. Es fehlen Rosen. Okay. Naja, soll passen. Ich habe keine Seals mehr und nichts. Und ich habe gesagt, würden wir pennen mal. Und das ist eh, wie gesagt, da scheint irgendwie die Quest auch nicht zu stimmen. Die wurde abgeschlossen. Die Minimumsachen haben wir erfüllt. Sagt mal. Ein paar Tage durchpennen. Lagerfeuergespräch. Okay. Morgen. 18 Uhr. Hm. Entschuldigung. Sven hat den letzten Tage gewaltig Fortschritt gemacht. Pablo. Ja gut, dann gehen wir nochmal pennen. Und dann ist morgen, also gleich, Lagerfeuergespräch. Dann mal sehen, wie es weitergeht. Ich drehe mal hoch, weil das geht relativ flott sonst. Äh, dauert sonst zu lange. Das geht ein bisschen flotter. Keine Sequenz, nichts. Okay. Brief vom Mord. Pablo. Grace. Oh Gott, sie würden es ergiften. Nein. Ich bin hier, um das zu diskutieren. Ich möchte auch sehen, was der Begründer denkt. Oh, da ist der Begründer. Komm, join uns. Nia braucht deine Hilfe. Okay, welche Art von Hilfe denn? Well, you know how I've been helping out at the moisture farm. But with the greenification of Sandrock almost complete. I'm going to have more free time. Ja, klingt doch gut. So, I was thinking, maybe it's time for me to start something of my own. I want to settle down in Sandrock, just like you have. But I'm still not sure what that something should be. Hmm. Mian told me to follow my dreams and do it my heart desires. Klingt gut. You know, I've always had a passion for tending to various plants in the garden since I was a kid. So. That's an interesting idea. But it might take time. Ooh, I could open a shop. But what would I sell? Gardening tools? That's perfect. And you could also sell flowers. You know, I've always wanted to be a shop owner too. When I was a kid, I used to dream of opening a bakery or a florist shop. Funny how life turned out. I became builder like the rest of my family. While I might not be skilled at growing plants, I love having them to decorate my house. I'm sure there are more people like me in Sandrock. And we don't have a store catering to that yet. So I think that's a brilliant idea. I see. Selling flowers makes sense. It's easier than dealing with just gardening tools, which I have to import and find storage space for. But with flowers, I can grow them myself. Perhaps Zeke would even let me use a plot in his moisture farm. But how can I afford to rent a shop? I know I could ask my family for support as a last resort. But I'd prefer to figure it out on my own. Really? 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 You're the best! Haha, I'll happily accept it. So don't worry. I'll get back to you once the prophets roll in. Now, let's think about the location. The main street doesn't have much space for a new shop. And if we set up too far from the town center, it might be inconvenient for people. Especially if they want to buy those heavy gardening tools. I have a balcony in front of my workshop that's currently free to use, but it's not big enough for a whole shop. What if we just set up a flower display rack there? Ah, a display rack with a canopy! That sounds about right. It'll look lovely on my balcony and provide some extra shopping space. By the way, I still have some extra funds left after donating to the Sandrock School. So I thought you could have it. You know, it's like an investment. Thank you. But what the builder has offered is more than enough. But it's just that I'd really love to be a part of this. I mean, I told you I dreamed of opening a shop when I was a kid, and I wasn't joking. I just... never got the chance. That's why I want to invest in the business. I thought you could use some extra goals to order different flowers from other places and attract more customers. And I could help you with whatever you need help with. I just... I kind of wish to run the business with you. Is that... a possibility? Ah, I see. Of course. I'd love to be business partners with you, Mian. It would be a dream come true for both of us. Schön, dass die beiden sich so gut verstehen. Really? Thank you so much, Nia. Just tell me, what you need me to do. While I may not be an expert in planting, I'll try my best. I'll even ask you to teach me some techniques. That's all right. We'll figure out the planting part together. First, let's come up with a name for our business. Even if it's just a few racks, it's our special place. Any ideas? No idea. Blumenladen. 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 People will immediately know it belongs to you and me. Klingt good? That's brilliant! I love it! How about... Mini Botanica? It reflects that we sell not only flowers, but also plants and everything related to gardening. It's settled then. Let's name it Mini Botanica. We have a name and a location. Now I need to prepare some flowers for sale. And, of course, the flower display rack. Anything you can help with? Oh, that would be so special. You two grew up together and now you're literally helping Nia build her business. I'll help with growing the flowers. I'm not an expert, but I'll do whatever Nia asks me to do. Don't worry, you'll get the hang of it in no time. Okay, I'll design a recipe for the display rack. And I'll ask around and see what people want to buy from our shop and then get the flower seeds. Sounds like a plan. Thanks for your help. We'll send you what you need tomorrow. Goodbye. See you soon. Of course we can direct the flowers left and so on. But, why? And what? And what the logic is with... Lager fire conversation? Okay. I'll knock this off out. I'm waiting for the discussion to play from nothing. Um, right,irit первым. So, mal sehen, was kommt. So, mal sehen, dass wir uns selbst eine Bastion von Leben geworden sind, das OASIS, die wir immer wussten, dass es sein kann. Auf behalf von allen, die das passieren hat, unsere Entwickler, unsere Forscher in der Moisture-Farm, und ihr auch, die Mitglieder, die uns alle beherrachten, dass wir das beste sein können können. Ich begrüße euch in eine neue Zeit für Sandrock. Kann ich ein Yeehaw? Haha. Never thought I'd see the day. To a better Sandrock! We love you, Trudy! I tend to find happy endings a bit tiring, but... Oh, just this once I'll let loose. Yeehaw! We're the best! We did it! I say we make Trudy mayor for life! Na, definitiv! All hail! A new Sandrock Order! Das erste Mal, dass Cooper was Vernünftiges sagt. They tried to knock us down, but we never gave up. Okay. 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 Time was taken from her by greed. But we have restored it with Indominability and Telesis. Other than the leaders of the Free Cities, I also propose that we invite any and all from across the Free Cities to come and see what we have done during the Summit. To see the jewel of the Euphala as it once was, the stuff of legend, thought to be washed away by the sands of time, now here, as real as you and me. I can't remember the last time we had so many folks interested in the town. Thank you for your support. Having a legend like you on my side gives me great confidence. That's right. What's the point of doing anything if you can't even brag about it? Them city slickers still think we're all a bunch of backwater sandbillies. How many lands did y'all greenify? How many sandstorms y'all eradicated? How many licks does it take to get to the chocolate center of a sand roll? Yes. Um, save it for the reception. I want everyone to invite everyone they know. Anyone who might be interested in seeing our new sandrock. Whether it be family, friends or business partners. It's gonna be a big celebration. Any other questions or objections? Should we... ...pow back up personalities again? You know what? No, not at all. Going forward, I want us to be us. If someone doesn't want to be here because of who we are, well then, that's their loss. And Owen, as you suggested, I believe the blue moon will be as good a place as any to hold the banquet. The summit will take place over the course of a few days. And, well, I'll let you know the schedule when I do. Ooh, I'll get those bowls sparkling. Till then, everyone just relax. Maybe put a new flower or two in your garden if you get the time. Every little bit helps. Can do. Builders, perhaps some last minute preparations may find their way onto the commission board. But I'm sure it's nothing you and the guild can't handle. Rest easy, Mare. Our builders are the best around. Good. I'll inform everyone of the exact date once it's set in stone. With that, I think we can call this meeting to an end. I'd like, if I may, to conclude with a familiar phrase. One that has taken on new meaning in this new age of Sandrock history. For all we've been through, can we please just have one more? Conserve a fire! Oh, thank you.